2015 belegten die deutschen Schüler bei der internationalen PISA-Studie Platz 16 von 72. In Europa ist Deutschland bei Naturwissenschaften auf Platz 4, im Lesen auf Platz 5 und in Mathe auf Platz 8. Damit ist Deutschland zwar weit weg von der Weltspitze, aber spielt international zumindest im oberen Mittelfeld mit und schneidet auch im europäischen Vergleich ganz gut ab. Jetzt könnte man denken, dass das deutsche Schulsystem doch eigentlich gar nicht so schlecht ist. Naja, auch wenn sich Deutschland auf dem Papier zum Teil vom PISA-Schock erholt hat, ist unser Schulsystem trotzdem äußerst problematisch. Von der Einrichtung zu den Lehrern bis hin zu den Schulfächern. Unsere Schulen von heute sind einfach nicht vorbereitet auf morgen. Warum ist das so und wie konnte es dazu kommen? Vorweg, die OECD ist eine Organisation mit 36 Mitgliedsstaaten, die zu verschiedenen Themen forscht, um bessere Politik zu ermöglichen. Die bekannten PISA-Studien der OECD befassen sich alle drei Jahre mit der schulischen Leistung von 15-Jährigen in verschiedenen Ländern. Die aktuellsten Daten sind von 2015, 2018 wird noch ausgewertet. Kommen wir zu Beginn noch einmal auf die PISA-Ergebnisse zurück. Die sind zwar, was die gemessene Leistung angeht, ganz gut, aber sie offenbaren auch drei große Probleme. Erstens, in unserem Schulsystem herrscht eine enorme Chancenungleichheit. In Deutschland besteht ein starker Zusammenhang zwischen sozioökonomischem Status und schulischer Leistung. Im Klartext heißt das, dass in Deutschland Schüler aus wohlhabenden, gebildeten Familien besser bei PISA abschneiden als Schüler aus ärmeren Familien. Auch Kinder mit Migrationshintergrund sind oft schlechter in der Schule. Und obwohl sich das langsam bessert, gehört das deutsche Schulsystem tatsächlich zu den ungerechtesten aller verglichenen Länder. Nur mal so, die Schulsysteme in Russland, Vietnam, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Trinidad und Tobago, Thailand, Katar, dem Jordan und Tunesien sind allesamt deutlich gerechter als das deutsche. Und das, obwohl die soziale Ungleichheit insgesamt in jedem einzelnen dieser Länder viel höher ist als in Deutschland. Eine Studie hat Kinder aus der Oberschicht und Kinder von Facharbeitern verglichen. Bei identischen kognitiven Fähigkeiten und gleicher Lesekompetenz haben die Kinder aus der Oberschicht eine fast viermal höhere Chance, eine Gymnasialempfehlung zu bekommen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Im Jahr 1965 machten etwa fünf Prozent der 18-Jährigen ein Abitur. 2015 waren es etwa 50 Prozent. Aber Kinder aus unteren sozialen Schichten, Kinder mit Migrationshintergrund und teils auch Kinder vom Land haben diese 50-50-Chance einfach nicht. Dagegen gehen 70 Prozent der Kinder aus wohlhabenden Elternhäusern aufs Gymnasium. Deutschland ist in Sachen Bildung eine Zweiklassengesellschaft. Unter deutschen Schülern herrscht absolutes Desinteresse an MINT. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Jobs in diesen Bereichen gehören zunehmend zu den wichtigsten der Zukunft. Ein großer Teil der deutschen Wirtschaft ist auf solche Fachkräfte angewiesen. Aber in Deutschland schafft man es kaum, Schüler für diese Felder zu begeistern. Sie halten Naturwissenschaften weder für sonderlich bedeutsam, noch für attraktiv. Nur sehr wenige können sich vorstellen, eine Karriere in den Bereichen zu machen. Deutsche Schüler sind unterdurchschnittlich Technik begeistert und gerade Mädchen interessieren sich kaum für IT. Auch im internationalen Vergleich. Schon heute sucht man in Deutschland händeringend nach Fachkräften. Das wird sich wohl nicht bessern, wenn es so weitergeht. Kaum Investitionen. Der deutsche Staat hat zurzeit reichlich Geld, aber Bildung hat trotzdem keine große Priorität. Von 2017 auf 2018 hat man nur 5 Milliarden Euro mehr investiert. Das hört sich nach richtig viel an, ist auf das ganze Land gerechnet aber nur ein winziger Anstieg. Das Bruttoinlandsprodukt, kurz BIP, zeigt, wie stark die Wirtschaft eines Landes ist. Deutschland investiert gemessen am BIP sehr wenig in das Bildungssystem. Wir liegen mit 4,2 Prozent sogar unter dem EU-Durchschnitt von 4,5 Prozent. Auch in der OECD geben viele Länder relativ gesehen deutlich mehr für Bildung aus als Deutschland. Dass man viel in Bildung investiere, ist politische Rhetorik, kein Fakt. Dieser Umstand wird oft und auch zu Recht kritisiert. Einfach mehr Geld in das System zu pumpen, ist trotzdem nicht unbedingt die Lösung. Denn viel wichtiger als die Menge an Geld, die man ausgibt, ist, wer hätte das gedacht, wofür man das Geld ausgibt. Schauen wir uns einmal diese etwas ältere Grafik der OECD an. Hier hat man sich angesehen, wie viel die jeweiligen Länder relativ gesehen für Bildung ausgeben und wie gut die Lesekompetenz der Schüler dieser Länder im Verhältnis zu den Ausgaben ist. Vereinfacht gefragt, macht mehr Geld im Schulsystem die Schüler besser? Schaut man sich den linken Bereich an, wird deutlich, dass gerade bei ärmeren Ländern mehr Investitionen einen großen Unterschied machen. Bei den reicheren Ländern sieht das ganz anders aus. Die USA gibt zum Beispiel viel mehr aus als Deutschland, die Ergebnisse beim Lesen sind aber fast identisch. Korea und Finnland geben dagegen ähnlich viel aus wie Deutschland und sind deutlich besser. Bei Daten aus der aktuellen PISA-Studie ist es ähnlich. Japan, Finnland und Kanada investieren ähnlich viel wie Deutschland, aber die Schüler schneiden in Naturwissenschaften deutlich besser ab als hierzulande. Die USA gibt mehr aus als Deutschland und die Schüler sind schlechter. Das sind nur Beispiele, aber allgemein kann man sagen, Deutschland investiert nicht besonders viel und vor allem nicht in die richtigen Dinge. Wenn man sich also nur PISA anschaut, werden drei große Probleme deutlich. Unser Bildungssystem ist ungerecht, schafft es nicht, in wichtigen Bereichen zu begeistern und es wird nicht in die richtigen Dinge investiert. Aber wir fangen gerade erst an. Machen wir uns auf die Suche nach den Ursachen. Zeit für das Warum. Das deutsche Schulsystem existiert in seiner groben Struktur schon seit Ewigkeiten. Erst Grundschule, dann folgt nach der vierten Klasse die Aufteilung auf die Hauptschule, Realschule oder das Gymnasium. Das hat keinerlei wissenschaftlichen Hintergrund. Die Aufteilung setzte sich nach dem Ersten Weltkrieg fest und war vor allem gesellschaftlich und politisch bedingt. Die Volksschule war für das normale Volk, die dann Landwirte oder Industriearbeiter wurden. Die Realschule war für die Mittelschicht, die Schüler sollten in die Verwaltung und das Militär. Das Gymnasium war für die Elite, die leitende Positionen in der Politik und Wirtschaft einnehmen sollte. Dieses System ist natürlich ungerecht, weil es die soziale Struktur des Landes widerspiegelt und die Ungleichheit immer wieder erneuert. Das Volk bleibt das Volk, die Elite bleibt die Elite. Das bleibt alles so, wie's hier ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind tiefgreifende Reformen an Streits zwischen den Parteien gescheitert. Vor allem die CDU hat sich immer wieder gegen substanzielle Veränderungen gestellt. Aufgrund des Grundgesetzes ist Bildung außerdem Ländersache. Jedes Bundesland macht zu einem gewissen Grad sein eigenes Ding und es gibt keine bundesweite Verwaltung. Die Systeme unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland. Die sogenannte Konferenz der Kultusminister stellt sicher, dass alle Länder zumindest halbwegs auf einer Linie sind. Allerdings gibt es, bis auf ein paar vereinzelte Aufgaben, bundesweit kein zentrales Abitur. Deshalb kann man Leistungen von Schülern aus verschiedenen Bundesländern teilweise nur schwer vergleichen. Ein 1,5er-Abi in Bayern kann etwas ganz anderes bedeuten als ein 1,5er-Abi in Bremen. Durch das komplexe Verhältnis von Bund und Ländern kommt es auch immer wieder zu Investitionsblockaden und unnötiger Bürokratie. Diese Struktur macht bundesweite Reformen natürlich noch schwieriger. Das System ist uralt und festgefahren und erzeugt eine unfassbare Chancenungleichheit. Man könnte vielleicht denken, dass eine Aufteilung nach Leistung, die Einzelnen besser fördert. Das stimmt aber nicht. Es gibt zahlreiche Studien, die zeigen, dass eine Aufteilung von Schülern auf verschiedene Schulformen die Unterschiede zwischen den Schülern verstärkt. Schwächere Schüler werden abgehängt, während stärkere Schüler nur bedingt von der Aufteilung profitieren. Was in Hogwarts cool aussieht, sollte man in der echten Welt besser bleiben lassen. Je früher man die Kinder in verschiedene Schulen packt, desto härter wird die Ungleichheit. Deutschland ist neben Österreich das einzige Land der Welt, indem man in der Mehrheit schon nach der vierten Klasse entscheidet, wo es für ein Kind hingeht. So entsteht in Deutschland das Elend der Hauptschulen. Wir packen Kinder und Jugendliche, die teils aus problematischen Lebenslagen kommen, die vielleicht Probleme beim Lernen haben, alle zusammen an einen Ort. Dadurch schafft man ein Umfeld, in dem es noch viel schwieriger wird, zu lernen. Man grenzt die vermeintlich Leistungsschwächsten aus und verhindert oft eine spätere Entfaltung. Inzwischen gibt es in vielen Bundesländern den Trend, Hauptschulen und Realschulen zusammenzufassen und quasi zweigleisig zu fahren. Das kann die Ungleichheit verringern, es kommt aber immer drauf an, wie es im Einzelnen umgesetzt wird. Hier tiefer einzusteigen, ersparen wir euch mal. Einen Artikel der BPB zu dem Thema haben wir euch verlinkt. Man könnte ja eigentlich auch über Gesamtschulen nachdenken. Gymnasien haben allerdings eine sehr starke Lobby in Deutschland. Viele haben Angst, dass man die Besten ohne einen frühen Einstieg ins Gymnasium nicht richtig fördern kann. Das ist eigentlich Humbug. Viele der Länder, die bei Pisa deutlich besser abschneiden als Deutschland, trennen Schüler viel später und weniger hart und haben mehr Top-Schüler und weniger Abgehängte. 13 dieser 15 Länder haben gerechtere Schulsysteme. Deutschland ist eine recht heterogene Gesellschaft. Das erklärt ebenfalls einen Teil der Chancenungleichheit in unserem System. Dahinter kann man sich aber nicht verstecken. Unterschiedliche Bundesländer, deren Bildungssysteme unterschiedlich gut funktionieren, Unterschiede zwischen Stadt und Land, Reich und Arm. Deutschland ist in Sachen Bildungschancen ein schlecht koordiniertes Entwicklungsland mit einem System, das von Anfang an dazu vorgesehen war, bestehende soziale Strukturen zu zementieren. Unsere Welt verändert sich. Da ist es nur logisch, dass sich auch die Anforderungen verändern. Unser Alltag und unsere Arbeitswelt werden immer komplexer. Deshalb werden sogenannte transversale Kompetenzen immer wichtiger. Das sind im Prinzip Fähigkeiten, die man unabhängig von nur einem Fachbereich anwenden kann. Anstatt einfach nur abgreifbares Wissen anzusammeln, müssen Schüler kreative Lösungsansätze für komplexe Probleme entwickeln und eigenständig und kritisch denken können. Sozialkompetenzen werden ebenfalls immer wichtiger. In Finnland, einem der Top-Pisa-Länder, unterrichtet man deshalb mittlerweile zum Teil in Phänomenen. Das Phänomen USA wird dann zum Beispiel in verschiedene Bereiche gegliedert. Man schaut sich die Wirtschaft an, aber auch die Sprache und die Geschichte des Landes und verknüpft dann alle Dinge miteinander. Auch weniger radikale Ansätze haben es schwer an deutschen Schulen. Mit der Digitalisierung unseres Alltags werden auch digitale Kompetenzen immer wichtiger. Deshalb sollte Informatik überall als Pflichtfach eingeführt werden. Dazu haben wir bereits ein eigenes Video gemacht. Das könnt ihr euch später gerne ergänzend anschauen. Die deutschen Schulen stecken leider größtenteils noch in den 90ern fest. Es gibt zwar Ausnahmen, aber Tablets und Laptops fehlen oft komplett. An vielen Schulen gibt es kaum oder gar kein WiFi. Lang lebe der Overhead-Projektor. Kein Wunder, dass deutsche Schulen bei der Nutzung neuer Technik im internationalen Vergleich Platz 36 von 42 belegen. Auch kein Wunder, dass man Schüler dann nicht für MINT begeistern kann. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Jeder kennt die Geschichten. Man war schlecht in Mathe und ist nie mitgekommen. Immer nur 4, auch mal eine 5. Nur bei dieser einen Lehrerin, da hat man es richtig kapiert. Die konnte so gut erklären und hat sich Zeit genommen. Plötzlich hatte man eine 2 minus. Man kann einem Menschen nichts lehren. Man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu entdecken. Ein guter Lehrer ist mehr als nur jemand, der einfach Wissen weitergibt. Klingt banal, aber Lehrer sind der wichtigste Baustein des gesamten Bildungssystems. Und in vielen Bundesländern herrscht Lehrermangel. Auch deshalb erhöht sich in Deutschland seit Jahren der Anteil der sogenannten Quereinsteiger. Das sind Leute, die ohne entsprechendes Studium als Lehrer einspringen. Ein studierter Chemiker unterrichtet dann zum Beispiel Chemie. Bei den neu eingestellten Lehrern lag der Anteil solcher Quereinsteiger 2006 bei circa 3 Prozent. 2017 war bundesweit schon jeder zehnte neue Lehrer ein Seiten- oder Quereinsteiger. In Berlin war es 2017 sogar jeder Dritte. Dazu kommt noch ein weiteres Problem. Unsere Lehrer und Lehrerinnen sind alt. Fast jeder Zweite ist über 50, jeder Siebte ist sogar über 60. Gleichzeitig verändert sich die Gesellschaft rasant. Schulen werden digitaler und es gibt viele neue Unterrichtskonzepte. Das kann ja nur gut gehen. Eigentlich gibt es eine Lösung für dieses Problem. Fortbildungen. Fortbildungen könnten Quereinsteigern helfen, sich in ihrem neuen Job zurechtzufinden. Sie könnten zum Beispiel lernen, wie man Wissen gut weitergibt oder mit Kindern umgeht, die Verständnisprobleme haben. Außerdem könnten Fortbildungen älteren Lehrern natürlich helfen, sich mit neuer Technik vertraut zu machen. Gute Fortbildungen sind praxisnah und werden den Lehrern nahegelegt und bezahlt. Man braucht externe Experten, die wissen, was sie tun, die die Lehrer herausfordern und wirklich brauchbare Skills vermitteln. Regelmäßige Fortbildungen sind auch toll für die Lehrer selbst. Sie fordern heraus, machen zufriedener und den Job einfach interessanter. Wenn man das mit einer Atmosphäre kombiniert, in der sich Lehrer austauschen, voneinander lernen und als Team agieren, schafft man ein tolles, attraktives Arbeitsumfeld. Es braucht eine Kultur, in der Lehrer als hart trainierte Profis gesehen werden, die einen Job machen, der sich ständig wandelt und der immer wieder neu herausfordert. So ein Klima herrscht im Bildungsland Finnland. Lehrer werden ähnlich bezahlt wie in Deutschland, aber ihre Position in der Gesellschaft und ihr Arbeitsumfeld machen den Job bei Finnen wahnsinnig beliebt. Fortbildungen sind in Deutschland aber natürlich massiv unterfinanziert. Kein Scherz, die Investitionen gehen in Deutschland tatsächlich Jahr für Jahr für Jahr zurück. Der größte Witz ist, dass lebenslanges Lernen eigentlich in jedem Bundesland per Definition wichtiger Teil des Lehrerjobs ist. Die meisten Lehrer wollen sich sogar fortbilden, ihnen wird einfach keine Chance geboten. Die Fortbildungen, die es gibt, sind oft viel zu kurz und zu theoretisch. Zurzeit gibt es eine 500 Millionen Euro Qualitätsoffensive des Staates und der Länder. Damit will man die Lehrerbildung verbessern. Wie viel von diesem Geld ist für Fortbildungen? Wer weiß es? Wieder keiner. Die Antwort ist null. Null Euro sind vorgesehen. Aber immerhin sind die Lehrer, die neu anfangen, dann gut ausgebildet. Eigentlich steht richtig viel Geld für die Sanierung und den Neubau von Schulen zur Verfügung. Aufgrund von bürokratischen Hürden und kaputten Bauverwaltungen sind zahlreiche Schulen trotzdem wahnsinnig marode. Das Geld liegt einfach rum und es fehlt quasi an kompetenten Leuten, um es da einzusetzen, wo es gebraucht wird. Niemand erwartet, dass jede Schule wie ein Google-Office aussieht, aber nur mal als Beispiel. In einer Toilette auf unserer alten Schule gab es mal für mehrere Monate keine Fenster. Man hat einfach alles mit Pappen zugeklebt. Im Winter. In Finnland sehen Schulen so aus, in Deutschland so. Es ist nicht so, als würde niemand versuchen, das Bildungssystem zu reformieren. Tatsächlich wurde in den Bundesländern nach dem Pisa-Schock ganz aggressiv vor sich hin reformiert. Die Ergebnisse haben sich ja auch verbessert, aber viele der Reformen hatten einfach keine wissenschaftliche Basis. Bildung unterliegt immer politischem Interesse. Mit Reformen setzen Politiker Signale, man zeigt, dass man was tut. Teils steht die eigentliche Wirkung leider hinten an. Das beste Beispiel dafür ist G8. In NRW wurde das Turboabitur zum Beispiel unfassbar chaotisch eingeführt, nur um es dann wieder abzuschaffen. Man müsste zum Beispiel Strukturen anpassen und das Abitur bundesweit vergleichbar machen. Die bestehende Chancenungleichheit muss auch viel ernsthafter angegangen werden. Momentan wird viel reformiert, aber grundsätzliche Probleme bleiben dennoch seit Jahrzehnten bestehen. Natürlich muss man auch die Pisa-Ergebnisse selbst hinterfragen. Wenn klar ist, was gemessen wird, wird unter Umständen das ganze System danach ausgelegt. Dabei sollte Bildung mehr sein als gute Resultate in standardisierten Tests. Ohne sich hier in Idealvorstellungen von individueller Entfaltung völlig zu verlieren. Bildung sollte den Menschen als Ganzes wachsen lassen. Korea und Japan sind zwar richtig gut in Pisa, aber viele der Schüler sind deprimiert und teils sogar suizidgefährdet. Der Leistungsdruck ist enorm und die Schule nimmt quasi das ganze Leben ein. Das wird in Deutschland auf jeden Fall besser gemacht. Schüler haben verhältnismäßig wenig Hausaufgaben und verbringen auch recht wenig Zeit damit zu lernen. Sie haben Freizeit und können sich frei entfalten. Abseits von Pisa-Scores sieht es insgesamt trotzdem nicht gut aus. Veraltete Lehrmethoden, marode Schulen und ein Haufen Schüler, die einfach vom System abgehängt werden. Das sind Dinge, bei denen man keinen internationalen Vergleich braucht, um festzustellen, dass hier einiges schiefläuft. Am Ende geht es darum, mit oder ohne Pisa zukunftsfähig zu werden. Bildung ist wahnsinnig gut für alle. Gebildete Menschen finden Arbeit, verdienen mehr, beteiligen sich häufiger politisch und ehrenamtlich, leben gesünder und sind zufriedener. Bildung stabilisiert die Gesellschaft und ist profitabel für den Staat, gerade wenn die Bürger am Ende zum System beitragen können. Das Bitterste ist, wie sehr sich Deutschland selbst im Weg steht. Wie in so vielen Bereichen blickt man auf festgefahrene, bürokratische Strukturen und einen politischen Unwillen, mal wirklich anzupacken, da wo es nicht sexy ist und Stimmen bringt. Eine Das war schon immer so und ja, ja, die Technik-Mentalität geißelt und krüppelt die Modernisierung einer der wichtigsten Stützen unserer Gesellschaft. Und das betrifft uns alle. Cheers.